Hallo meine lieben Freunde, willkommen zu einem neuen Spiel, Decay 2, State of Decay 2, so wohl Ja und wir werden nachher wahrscheinlich zu zweit dann spielen, sofern es dann ausgeht. F gramm, kannst du jetzt mal anfangen, bitte in den Hörnl. Vielen Dank. Danke. 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 Schau, schau, schau! Schau, schau, schau! Schau, schau! Schau, schau! 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 Oh, check this shit out! The Muertos got no skin! We need to go, like now. That gate won't last long. We need to be open. I told you we were better off on our own. Right. The woods were way better than an army base stocked with food. Shit. There's brainless in here. How'd they get inside? Maybe that's why there's nobody here. What the hell? Where'd everybody go? Looks like they left in a hurry, too. No. I can't see the Ich habe das gefunden. Das sieht aus wie ein alt verlassener Kämpferplatz. Schau dich an. Wir müssen versuchen, einen besseren Weapon zu finden. Okay, ich habe die Stahl an. Ich habe die Stahl an. Ich weiss nicht, ob der uns dann hier sieht. Er scheint stehen zu bleiben. Was haben wir noch so? Das Ding kann man jetzt wegschmeißen. Ich habe die Stahl an. Ich habe die Stahl an. Das ist offiziell das größte Flüchtlinge Camp, das ich noch nie gesehen habe. Aber die Puhl-Bastard schandelt sich um, wenn sie nicht sterben. Ich habe die Stahl an. Oh, ich habe es nicht mehr. Okay. 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 Es gibt nichts mehr. Der Rückzug ist falsch, wir haben nicht geschworen, die sind nicht zu beschützen oder was? Wie sind die roten Klaue? Oh cool Hmm Oh cool Oh cool Okay Zahnpasta-Piñata ist voll gescheit. 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 Ach, die Tür sitzt auch auf, ne? Hinten ist nicht, ne? Setz broken in einem Pixel, jetzt kannst du ihm wieder losmachen, ob du das milieu schon mal schließt? Oh, richtig.. Dieses Ort hat noch mehr Regeln in der höchsten Hochschule. Verdammt, dieses Bisschen ist wirklich schmerzend. Entschuldigung, ich werde nächstes Mal schneller werden. Das Bisschen ist schmerzend. Ich fühle mich, ich blöcke. Ich fühle mich, ich blöcke. Das ist schlecht. Ich bin aus Meds, aber ich finde euch etwas. Keine Worte. Das ist richtig. Ich bin in der Welt. Ich bin in der Welt. Das ist das. Okay, dann geht's hier rein. Die Kamenten-Schrank. Didn't we just leave this party? We can make it. Just keep quiet. Okay. 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 Also ich schlapp das nicht hier mit dem Hals umdrehen gerade. Ich schlapp das nicht. Ich schlapp das nicht. Yo up here! Get to the ladder! Come on, let's go! Let's go! Let's go! Wait, what are you doing here? Let's go! 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 Oh, ich habe mir gedacht, du bist Arzt, also ich glaube, er hat ihn zufrieden. Okay, das ist ein Problem. Was ist das Schiss? Es war schnell nach der Infektion. Die Armee nahm unser Lab, als sie zuerst. Aber sie haben alles nicht bekommen. Hast du es gefunden? Ja, klar haben wir was gefunden. Keine Begründung? Nicht gut. Ich werde eine Infirmary brauchen, um eine neue Dose zu kulturen. Hey Doc, es ist Checkout Time. Fucking Zed's are swarming the perimeter. Plague Zombies, too. I know you wanna save Amari, but it's time for us to bounce. Amari's the reason we have a treatment. Exactly. Don't let that Legacy die here. Other Survivors are gonna need your help. Like her. Okay. But I can't just leave. Not like this. Do what you need to. But make it fast. I'm sorry to ask this, but I need your help. I'm going to save your girlfriend if I can. Because no one deserves what happened to Amari. But I don't have the strength to end things. What will I do to do with you? Maybe I can't do that? Yes. What will I do to do with you? There's no step there. Excuse me! May God see you over me. Okay, nachladen kann man nicht, haben wir nichts mehr. Na, sobald wir einen Platz im Lied oder so gefunden haben, machen würde ich irgendwie nicht... Danke für das, was ich nicht konnte. Wir müssen etwas entscheiden, bevor wir gehen. Jetzt ist die Frage, wo fahren wir hin? In die Stadt, aufs Plateau oder ins Tal? Ich glaube, das machen wir in der nächsten Folge. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wo wir hinfolgen. Stadt, Plateau oder ins Tal. Und bis dahin, Ciao. Und bis dahin, ciao. Untertitelung. BR 2018